Ja genau, jeder für diesen Morgen ist in meiner Mutter Essen abends gesprungen, ist ein bisschen doof. So geht es mir aber tatsächlich auch, also Montag, Mittwoch, Freitag und Dienstag, Donnerstag noch Laufen und Samstag. Aber das Laufen war nicht im Plan. Das war einfach nur, weil die Laufpartnerin von meiner Frau nicht da ist. Das war völlig besser. Ja. Man könnte dann einspringen, ne? Und schon ein Lippo Freitag. Gut, aber nicht gut.